BUSCHIOLAS! Jeder herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video mit der meine sehr liebe KELLY! KELLY! KELLY ist dabei und Tobi ist auch mit dabei. Jetzt willst du schon sagen, ne? Ich hab dich schon verstanden. Tobi, hallo! KELLY und Tobi sind wieder mit dabei, meine Freunde. Und ihr habt schon mehrere Freunde mit KELLY gesehen. Ihr wisst ja ungefähr in welche Richtung es geht. KELLY hat sich bis jetzt immer als... KELLY! KELLY, beruhig dich! KELLY, ich weiß, dass das aufregend ist. Ich weiß, dass das aufregend ist. KELLY, komm mal her! Wir haben eine Mission. Ich hab was für dich, hab was für dich. OK. EY! EY! Leute, wir haben eine Mission. Wir gehen jetzt nach Tilted Towers rein. Und werden versuchen, mit der neuen Granate KELLY als lebendiges Ziel zu verkaufen. Das heißt, KELLY, wir heften KELLY die neue Granate an meine Freunde. KELLY rennt irgendwo rein, wo Gegner sind. Wir wollen damit mindestens einen Gegner knocken. Das ist die Challenge für heute. Das schaffen wir. Wir gucken mal, ob wir es hinbekommen. KELLY, du darfst dich vorher nicht auf den Boden legen lassen von denen oder sowas, okay? Das heißt, du darfst dich nicht flach legen lassen wie auch sonst. KELLY, da war ja schon wieder irgendwie, ich weiß auch nicht genau. Oh mein Gott, es sind ja viele Leute. Okay, eines dieser Teams wird dich auf jeden Fall als Opfer irgendwie sicherlich... Warum bist du schneller gelandet als ich? Das ist eine Freichheit. Ähm, ich bin einfach der schnellste, die schnellste Maus von Mexiko. Warte, hier oben drin ist einer. Wow, Dance Party! Wir tanzen auf jeden Fall. Ich hab extra nicht geschossen. Ist alles in Ordnung da oben? Das war ein Headshot, Tobi. Hättest eh nicht geschossen. Steps hier! Vor uns! Vorsicht, falle, falle, falle! Warte Tobi, ich geh vom Seitenangang rein. Damit rechnet sie niemals, pass auf. Sie haben echt nicht damit gerechnet. Da! WUH! WUH! Was sind die alle? Bläh! Nein, die sind... Oh mein Gott, die sind zu viel. Was? Tobi! Tobi! Raus! Help! Oh no! Hier ist einfach komplett tilted auf einmal gewesen. Oh oh, wir sind alle verteilt. Oh, bei mir ist jemand im Haus. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh, jetzt wird es echt so risky ein bisschen. Risky. Oh no. Okay, pass auf, ich habe jetzt einen Desert Eagle. Attention guys, attention. Da ist er und. Oh, ich habe ihn. Oh, Pro Move. Pro Move. Ich habe schon zwei Kills. Haben wir den Nockt? Okay, Bro, ich habe eine Pistol. Ich komme mit der Pistol mit. Im Haus ist noch einer drin im blauen Haus, Tobi? Ja, ich sehe ihn. WUH! Au! Hinter mir, hinter mir! Oh oh. Oh Gott, ich werde von der Seite. Mann! Okay Leute, wir brauchen nur diese Granaten. Dann ist alles andere gesetzt. Kelly, du rennst einfach rein und bist einfach du selbst. Okay? Okay. Kelly läuft einfach nur random umher. Ich habe eine Kiste. Leider nicht, nein. Aber eine Minigun. Eine Minigun für dich, Kelly. Ist doch auch schön, oder? Wunderschön. Jetzt in eine Snate benutzen. Ich habe keine Wasserf Stevens kann. HubWhat are you? Ch Vier. Heck, Sch Oigen. Wir haben schon mal Impulse Nails gefunden, Tobi. Was hast du? Wir haben schon Mal Impulse Nails. Was hast du? Impulse Nails. Nochmal. Im Puls Nails. buchstabier mal er war das er hat sie er sagt wer oben hat sie geworfen kann man jemanden wort kicken ich war noch nie von jemandem so enttäuscht hast du hast den bisschen hasse ich den ich hasse den ruben tun hier ist ein automat ich hör was was denn ich höre eine kiste leute unter mir ist der automat den du hörst das gleiche geräusch haben doch haben die ja okay ich bin so traurig ruben glaube ich hatte eine kiste ist aber mir was genau du bist alleine hier so eine kiste bei ruben wie das machst du habt ihr gekillt ruben ruben stop 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 ruben ich mach die auf damit mann dieser verdammt idiot alter ich sehe da einen also die sind rechts die sind oben am haus na links in der hütte da ist einer drin noch da ist noch einer drin in der hütte da in der kleinen ja in der ruten klein nie im leben doch ich werde mich lieber überleben tobi ja ja ich warte mal wo ist unser mäd hier unten leben die alle noch ne ja ich habe die granaten ok seine impuls nehmen der andere nimmt die einen richtig genau 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 kann ich ja naßen ich habe beides kann ich impuls ich mag es sollten wir vielleicht langsam in die zone erstmal ok kelly jetzt geht schon mal das gleiche jetzt geht's los jetzt geht's los hihihi soll ich von beiden eins geben tobi ja ok warte das ding ist halt rum bisschen in der nähe ich brauche nur eine komm ich bin mir nur die impulses ich habe die pümpel egal 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 ich hau kelly weg und du machst klatsch die ding dann weil du kannst nicht so schnell weg sind ich glaube du musst zuerst drauf klatschen ne du musst klatschen ja ich das wird krank aufwendig ok kelly es kann auch sein kelly es kann auch sein jetzt hör mir zu ok es kann auch sein dass du den gegnern hinlaufen musst ok ja ich weiß links in dem labyrinthenspieler ok das ist unsere chance einer könnte uns sehen gleich das glaubt mit das sei es hat schon jemand geschützt geschützt ich sehe sie die sind da oben auf dem dach vorne bist du bist ja unsere ach so ach so ok ok da 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 wir können so den ranz nicken kelly warte mal kommt 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 er die wir machen wir ziemlich viel kommen wir hoch und sohn ok kelly kommen ja kelly kommen her kelly kommen her nein kelly nein 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 komm hier oben gehen nach oben kelly ok tobi das bereits war die kelly komm her zu mir komm her zu mir komm raus aus dem haus komm her zu mir schnell komm her ich bin da oben ich dachte das bist du wo seid ihr hier 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 nein neben mir ich bin nockt nein er finischt mich nicht ich bin nockt die nein 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 ich glaub's nicht er rum hat uns alles verkauft da f*** da oben du h*** du h*** du h*** du h*** guck mal ey du f***er dreckspot alter oh mein gott dieser dumme bastard dieser dumme dumme bastard ok hast du noch mal zeit oder nicht eigentlich muss ich los ok dann versuch's mit tobi alleine wir hätten dir mit impulsnetz irgendwie nocken müssen tobi vorher stimmt ich hab voll vergessen dass ich auch spaß die noch dabei ist alter es wäre so perfekt gewesen man wieso ist sie dann mit vollem mund sprich wenn ich so kelly raus komm geht zum sport jetzt kelly raus es ist richtig danke jetzt tschüss tschüss ey leute es wäre fast gut gegangen egal ich versuche es nochmal mit tobi es wäre so geil wenn das mit kelly geklappt hätte du bist das größte abschloch von allen leute wenn ihr ihn irgendwann mal ingame sieht finde ich ihn direkt finde ich ihn direkt außer von unserem haus tobi komm her wo komm her zu mir warte warte push ihn nicht bitte ey gib mir nen headshot alter ich werde von irgendwo anders wieder angefragt alter aus dem haus so ein camper f***er er kommt ja komm ja ey so ein so ein so ein so ein so ein alter die sind der klaus ok warte bleib stehen bleib stehen bleib stehen ich werf lauf 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 nochmal nein 1 ap tobi achte meine granaten kommen ja geh geklaut als ob ja hab ihn knockt im park was im park ich hab ein sniper deshalb was was digga hast du die schüsse gehört einer von denen ist super low einer am berg knockt beide down ja aber die haben auch keine what the f*** hat der ein jump pad aber ey spieler vor mir hä zwei spieler noch tobi hast du gesehen tut mir leid nimm das jump pad nimm das jump pad einfach guck mal hier ich hab die zugebaut wir bauen die auf wir bauen die auf wir bauen die auf ja ja der ist hier nein fahrer hier achtung das ist mein kill oben am berg ist der letzte spieler ist nicht der letzte aber verstehe ja ja lenk ihn ab oder so ich schieße ihm in den kopf er checkt nicht dass ich neben ihm bin er baut wie ein weltmeister hab ihn knockt ja digga was ist das denn alter das ist ja absolut die sch*** ja leute dann haben wir noch einen sieg geholt toll denken wir auf jeden Fall weiter in unserer mission super danke für den win ihr affen alter ja aber weiter gekommen sind wir natürlich nicht nice mann nice 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 das macht mich grad alles mad in fortnite ach dann kommt ihr auf einmal danke dass du mir bescheid gegeben hast ja ich hab den selber nicht gesehen aber digga du hättest mir ich hab gefragt wo ist die falle ich musste rein laufen ja das ist gerade nicht passiert Tobi das ist gerade nicht passiert mann wir hatten diese granaten alter ich will nicht mehr Junge wir müssen das jetzt fertig machen ist mir egal wie lange wir jetzt spielen Tobi auch wenn du arbeiten musst du musst um vier aufstehen ja er ist knocked ist er made ich bin knocked komm mal zuerst Patrick ja ja ich komm ich bin da so Leute wir sind jetzt im squad unterwegs Stegi und Patrick sind auch dazu gekommen und jetzt können wir das Ding endlich zum Ende bringen Stegi mach dich ready man ich will einfach derjenige sein der katapultiert wird kann man Tilted jetzt von Elend übernommen werden oder so keine ahnung wer ist gerade ausgestiegen ah ich bin zu früh digga ich weiß Patrick Mann Junge ich bin müde digga wir schlafen gehen Patrick das wird jetzt nicht geschlafen wir müssen das jetzt schaffen Patrick hast du sie gerade gefunden Patrick ja jaja hier ist eine über mir der klatschen geht weg Patrick hast du diese Pumpe ja 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 ok behalte sie Patrick hat schon mal die Pumpe Leute ich hab ne Armbrust mir ist egal ja ich sterb Early Games sterben ist jetzt nicht so ich weiß nicht was ich machen soll Bruna ich hab nur zwei Armbrust bei mir ist irgendwie die Karte verbuggt ich seh euch auf der Karte nicht mehr ich hab ihn einmal gehettet ich hab ihn einmal gehettet er 75 tot Stegi der Typ wolltest du Tobi sagen ne kannst du auch mit mir reden wenn du willst ich glaub ich bin tot Leute ich hab keine Waffe weil ich komm mit meinen beiden Armbrusten hat noch einer getroffen wieder 75er Hit lächerlich darf ich den bitte töten oh mein Gott hab ihn auch nicht ich hab zwei AP Tobi kann er mich kurz locken damit ich kurz wieder Leben hab hier weh nicht wenig mit 2 ey gib mir was der hat die auch kann ich die blau ich hab noch keine Waffe ja ja nimm 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 aber ist auch keine Waffe mehr ich hab jetzt 6 von diesen Dingern äh 3 Stück mehr nicht wir haben 6 insgesamt ok das ist schon mal gar nicht so schlecht 2 AP ich knock mich kurz selber nein nein ich kann dir ein Kit geben nein ich hab selber genommen ich hätte dir auch ein Kit gegeben ich hätte ja auch ein Kit gegeben ich hätte ja auch ein Kit gegeben ich hätte ja auch ein Kit gegeben Lach Kick Lach Kick Lach Kick Lach Kick Warten wir schießen Leute Diener Haus ok wer ist die Granaten wer ist die Granaten Tobi hast du dich ich hab die auch wo ist der wo ist der ich werfe einen auf dich du läufst ist der in der Garage guck mal ne der ist wahrscheinlich Dig aber der ist der oh der ist da drin ok chill 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 gib her gib her ich hab das Ding an ich mach gleich gib her schnell ich mach das Ding auf ich mach das Ding gleich auf warte jetzt fährst doch schnell auf mich mach 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 ich ist offen jaaaa 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 ok 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 wir spielen so weiter Leute wir spielen so weiter wir machen das immer wieder ich bin euer fucking Kanonenfutter ich brauche keine Waffe ich lauf nur rum und werdet sich die Granaten tun äh Tobi ne behalte den Cross alter end ok komm wir spielen den Raum die müssen ja irgendwo Mates haben die müssen ja irgendwo Mates haben Schüsse 15 irgendwo 2 Gegner sogar 2 3 2 Gegner Nose Gens glaube ich beide ich hab keine mit er verreckt nicht er verreckt einfach nicht er verreckt nicht oh mein Gott vorsichtig ich hasse diese Pumpkarte ich kann die nicht spielen man egal sind alle down oder nein ne einer noch nein die finischen oh mein GOOOOOOT AHHHHH 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 ich kann nicht mehr man ich kann nicht mehr Digga Feene ich seine Motta AHHHHH AHHHHH was ist es für den Lautart gewesen es ist richtig viel Leute wir haben jetzt ungelogen und ich kann nicht mehr wir haben jetzt ungelogen fast 4 Stunden für dieses Video aufgenommen es ist kein Witz wir hatten mittendrin glaube ich 2 oder 3 Wins ich weiß es nicht dann hatten wir ständig wechselnde Teampartner Ruben dieser Mittelfinger geht raus an dich lasst einen Daumen nach oben da ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr machts gut bis zum nächsten Mal haut da rein schaut bei Kelly vorbei und bei Kelly aber ich stehe überall Kelly gerade ganz genau auf Wiedersehen und ich stehe zweimal ne Bestattung tschau